Ja wär schön, wenn jemand die Begrüßung macht. Das war die Begrüßung, hallo. Hallo, hallo, hallo. Und heute spielen wir Hero. Und ab auf den Server. Und dabei ist Trollolol Gommelmut. Der Trollololol und der Trollolol. Trollolol. Rotpilz und Revi. Wir haben das schon lange vorgehabt aufzunehmen. Und haben es nie gemacht. Wir haben ja schon seit einem Jahr nicht mal aufgemacht. Das ist ja echt krass. Also heute hier, wir mal. Das ist ja ein Feature hier. Feature, Gommelfeature. Revi und Rotpilz. Rappilz. Und was wollen wir heute Schönes machen? Ich hab gehört, wir bauen uns ein Riesenrad. Riesenrad. Geil. Haben alle die Innenbombe gedruckt? Nein. Noch gar keinen Namen? Was? Da müssen wir dann ja nochmal kreativ werden, ne? Wie bei eurem Karussell. Das soll vielleicht... Also das Liebeskarussell ist natürlich todesgeil, ne? Ja. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee jetzt, sag ich mal? Ein Karussell? Nein, darauf jetzt nicht. Aber jetzt immer auf ein Liebeskarussell oder so. Also wir haben uns so gedacht. Revi und ich, wir sind ja ziemlich verliebt, wie die Öffentlichkeit heil weiß. Guck mal Gommel, was ich hier geschrieben hab mit Grafstein. Ja, ich dachte auch da. Und wir haben uns dann so überlegt, wo würden wir uns denn am wohlsten fühlen? Und wo würden wir uns dann liebsten treffen? Weil wir sind ja halt schon ziemlich verliebte Boys und wir mögen uns halt sehr sehr doll. Haben wir uns gedacht, boah, so ein Date in so einem Liebeskarussell wäre doch was ganz Süßes. Komm, liest das mal Gommel. Kenn ich schon. Und für die Vollendung des süßen Parks haben wir uns gedacht, machen wir doch mal ein Riesenrad. Ein Riesenrad. Oha, oha. Dann haben wir uns gedacht, wir nehmen da niemand anderen als den G-G-Gommel. Weil ich glaub damit auch einen großen Fehler. Weil Gommel so toll bewauen kann. Und auch, ich hab bei der Achterbahn geholfen. Und was ist damit? Sie funktioniert nicht. Danke schon. Ah, die ist aber doch bis jetzt schön. Ja, kann ich irgendwie euch sponsern hier bei eurem Bau. Hier kann ich irgendwas ranholen irgendwie. Ich glaube, da kann ich mir nix verkehrt machen. Weil ihr sagt irgendwie, ja, ich brauch Wolle irgendwie. Ähm. Ich brauch einen Flugstab. Aber das wäre das sonst ziemlich dreist, ne? Ja, kann ich dir gerne geben. Ich hab nämlich gerade erst welche gemacht. Warte mal. Aber jedes Mal, wenn ich mit Gommel aufnehme, schnorre ich irgendwas. Das ist äh. Ja, das hab ich auch schon gelesen. Die Leute haben... Ja, das hab ich auch schon gelesen. Die Leute haben... Das ist schon echt krass. Das stimmt. Ich hab das auch schon in den Kommentaren gelesen. Da haben Leute schon bei Gommel geschrieben. Boah, Gommel, hör mal auf mit Revie aufzunehmen. Der schnorrt immer nur Flugstäbe. Das ist richtig. Ja, das ist genau. Ja, richtig. Und dafür hab ich einfach mir gesagt, komm, nehm ich einfach mal 5 Monate nicht mal mit Revie auf. Ja, genau. So war das dann. Nur deswegen. Bei mir war's noch länger. Da hab ich das letzte Mal, haben wir Super Smash Dings aufgenommen. Und da hast du mich so vernichtet. Ja. Da hab ich mir auch gesagt, nö, mit dem Rotpilz. Also der, der ist mir einfach hier viel zu stark. Mit dem Paar mach ich nix mehr. Dass ich dein Essen geklaut hab. Ist kein Ding. Also ich hab ja sowieso irgendwann mal wo gepostet, dass Leute sich daran bedienen dürfen. Geil. Ist da Revie? Ja, da ist Revie. Revie hier für dich. Warte. Komm mal, kennst du eigentlich schon meine Kanalisation? Ne, die kenn ich noch nicht. Ich hab davon gehört. Ich hör immer hier von bestimmten Sachen, aber weiß nie wo die sind. Ja, wo ist die genau? Die gucken wir uns jetzt mal an. Kommt erstmal in mein Haus. Einfach dem Geruch hier folgen. Guck mal, ich hab auch hier was angemacht. Ich hab hier so einen Arschkratzer für Felix hingelassen. Warte, siehst du das? Geil. Ist das nicht eine Lampe? Das ist ein Kopf, oder? Ja, da kann man sich dann in den Ass stecken. So ein bisschen. Oha, oha. Das ist schon ziemlich erotisch. Sag einfach mal, wenn ihr in meinem Haus seid, dann müsst ihr ganz, ganz nach unten gehen. Bist du gerade in meinem Haus, Komma? Ja, ich bin mit Rewe gerade. Ja, geht mal zum Schwarzmarkt. Und dann in den Brunnen rein? Ja, und dann hier unten in den Brunnen rein. Alter, ne. Oh, boah. Moment. Liegt das jetzt daran, dass Rewe hier drin ist, oder dass die Kanalisation ist, dass es hier so riecht? Nö, das ist mir nicht. Ja, es riecht ein bisschen ekelhaft. Wie geil ist das denn, Digga? Hi. Alter, wie lange braucht man dafür, um sowas hier zu bauen? Ich glaube, ich hab da bestimmt so 10 Folgen, 10, 20 Folgen, weil ich bin gar nicht so sicher. Boah, heftig. Aber du brauchst diesen Moselstone einfach hier unten, ne? Ja, nur der ist halt so schwer zu kriegen, den kann man sich leider nicht craften. Oh, da musst du ja direkt mal hier abdrücken. Ich hab noch was richtig Geheimes. Das weiß eigentlich noch gar keiner, weil scheinbar guckt niemand anderes meine Folgen. Kommt man zu diesen Rüstungen hier hinten? Ja. Und guck mal. Jetzt kommt's. Was? Oha. Krass, ne? Jetzt kenn ich ja alle deine Geheimnisse, eh. Wo geht das? Das ist meine Pocket der Menschen. Wollen wir da mal reingehen? Ja, geh mal rein. Rein. Jetzt werden wir alle sterben, ich wette es. Oh, guck mal. Ich bin überm Schwarzen. Oh nein, was passiert hier? Kann ich das auch? Hilfe! Ah! Ah! Kann man hier überhaupt irgendwo runterfallen? Ne, nirgendwo. Also, das geht einmal hier komplett rum. Und, ähm, ja. Das geht einmal hier komplett rum. Ja, heftig. Und Revi, woher hast du so viele Grabsteine? Wo findet man die? Ich hab so viele Leute getötet. Hahaha. Ja. Die kann man aber auch craften, die Grabsteine. Ich bin ein Marschenmörder. Alter, Revi, du hast nur vier Tode? Ja. Guck mal, wie viel ich hab noch mal. Hätte ich nie gedacht, irgendwie. Du hast gerade ein... Ja, och. Ihr beide toppt euch mal wieder gegenseitig. Ich guck mal, wie viele ich hab hier. Ich guck mal, wie viele ich hab hier. Ich guck mal, wie viele ich hab hier. Ich sag mal so, Chabuz wissen, wer der Rotpilz ist. Ja, ich schwöre. Walla Walla. Sieg da. Holla Walla. Okay, gehen wir jetzt an den Riesenradbau und für die Kinder des Servers. Ja. Richtig. Und wie kann ich euch dabei helfen? Sagt mal. Also, ich hab jetzt hinten schon ein bisschen angefangen mit, ähm, diesem Birkenholz, die Stützfeiler zu bauen. Ich wollte jetzt erstmal mit Zäunen so ein bisschen verschönern. Felix und ich haben uns hier so eine kleine Vorlage rausgesucht. Ja, ich hab im Internet schon was rausgesucht. So, ich mach aber noch ein bisschen was an der Kanalisation schnell. Ist nämlich so, ist nämlich fast fertig. Dann fang ich schon mal hin. Felix, hast du noch Freezer Ride irgendwo? Oder kannst du mir ne Freezer Ride Axt vielleicht machen? Ich mach mir schnell ne Dir Axt. Ah, die kann ich dir schnell machen. Warte mal. Ich hab nämlich davon noch unzählige zuhause rumliegen, weil ich die nicht verwende. Ja, ich hab, das Problem ist, ich hab auch noch richtig viel Stuff bei mir zuhause, nur ich komm nicht mehr nach Hause, Alter. Gar nicht mehr? Du verwendest sie echt nie? Was? Ich verwende die eigentlich praktisch nie. Ne. Also was brauchst du? Ne Axt? Ne Freezer Ride Axt, Digga. Ja, geil, hab ich hier rumliegen. Warte, bring ich dir vorbei. Warte, bring ich dir vorbei. Der Riech wie ne Gomme, der ist nur am Schnurren. Das geht ja mal gar nicht. Boah, Gomme. Das ist ja der Oberspacke hier. Ja, Gomme ist hier. So, Riech wie bist du das? Ja, bist du das? Ja, das bist du natürlich. Oh, wer ist das da unten? Wer ist das? Ich bin schon so ein bisschen enttäuscht von Gomme. Wie heißt der? Warum denn, Herr Rotlitz? Darf ich den vergiften, Gomme? Ja, wen denn? Den Stinker hier. Ja, ich würd's jetzt mal nicht machen. Wir wollen ja unser Dorfhebel leben. Ey! Ist das ne Kriegsanlage? Nein! Ich kann doch nicht kämpfen, ich bin doch behindert. Bist du nicht kämpfen? Darf ich... Deswegen steht auch drauf, nicht mit Feuer spielen auf dem Zauberstab. Steht das echte drauf? Nein. Das wär witzig, wenn du das drauf geschrieben hättest. So. Wenn man damit irgendwas anzünden könnte. Das war richtig. Gomme Mode! Damals? Trollelolol! Trollelolol! Ich werd hier halt nur verarscht. Da muss ich euch hier natürlich auch verarschen. Tech- Untie- muốn ... Ja, Co! Rote Woll oder so was. Bunte Wolle. Rote Wolle war? Warte... Kann ich mal wieder nachgucken? Ich glaube meine Folge besteht auch nur aus den HF- Fliegen. Für Regenwie Data & Auffalla... Aber ich meine, das ist noch eine Progression. Weißne. Das ist ein Progression, den du siehst. Und hier ist noch ein Golden Chooko-Boat, das ich letztes Mal von eurem Carousel mitgenommen habe. Ich glaub das gehört jemand von euch. Kann das sein? Äh, keine Ahnung, ich glaub meine, meine Schuhe muss ein Tod. Also, ich hab meins noch. Wenn's nicht Anubis heißt, dann ist es nicht meins. Ne, hat gar keinen Namen, irgendwie, da stand er nur rum. Anubis. Anubis, zazazazah, ich hab grad den Move sogar in der Kamera gemacht. Ha! Heteros. Anubis! Wolltest du grad irgendwie sagen, ich wär schwul oder sowas? So, Wolle, 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 ich glaub, ich hab gar keine Wolle. Obwohl du hetero gesagt hast. Ja, hetero, sag ich doch. Ja, ja, ist doch alles cool, ne? Ja, ja, besser ist das, ne? Ja, besser ist das, ja. Nur weil ich dich geküsst hab. Rotpilz, hast du zufällig ein paar, ähm, rote Rosen für das Färben von der Wolle, weil ich hab hier... Na gut, ich hab auch keine Wolle, also insofern bringen wir auch rote Rosen jetzt. Doch, ich hab hier... Aha, ich hab irgendwie gefärbt. Rote Rosen hab ich, glaub ich, nicht, ne? Na, schade, okay. Ja, Revi, dann kann ich dir grad nicht helfen mit der roten Wolle. Doch, doch, hier! Vier rote Wolle! Oh! Oh, wer wohnt denn in der anderen? Das kannst du nicht mehr. Komm! Gomme, HD! Hahaha. Der Michi wohnt da. Und der Felix, wir sind ja Nachbarn hier. Mhm. Ja, wir ja auch. Aber wir haben noch gar keine Nachbar-Action gemacht, das müssen wir wirklich mal anfangen. Gommes, Gommes! Du wirst doch bestimmt irgendwie deine Kanalisation unter mein Haus verlegen. Ja, ja. Also noch... Also noch... Ich glaub, ich bin sogar schon unter deinem Haus lang. Ich bin mir gar nicht so sicher. Felix ist... Warte, ich kann jetzt mal mit dem einzelnen Dinger drunter... Aber es ist mega tief. Also ich bin noch unter Wasser hier, wo ich grad' bin. Okay. Ich sag's euch. Felic ist ein richtiger Dinkelborg, den einfach jeder aus der Stadt hasst. Dinkel-BÖG! Oh ja! Robert... Felix du bist echt eher unter meinem Haus entlang. Echt? Da hab ich, ja. Wo bist'n du? Ähm, ich bin grad hier vorne, warte. Echt? Ich seh dich hier... Hallo hier. There, hello. Ich glaube, dann müssen wir verbinden, mein Freund Ja, ne? Guck mal, hier vorne Wenn man hier nach oben krabben würde Genau an dieser Stelle Dann kommst du bei meinem Keller raus Warte, war es die Stelle? Krass, ey Weißt du, was eine gute Idee ist? Was denn? Kommen wir nochmal nach unten? Ja, okay, nicht ganz Also, dein Keller geht nicht Also, es gibt ja diese Ghost Blocks Die ich da hinten gemacht habe Wir könnten sowas hier auch machen So ein Gleis 9,75 Style Und dann könnte man zu dir nach oben Das wäre voll der Mit einer Lore oder womit? Ne, guck mal, ich habe ja Also siehst du diese Blöcke hier in meiner Hand? Ja, die kenne ich Das sind Ghostblöcke Genau, genau Die könnte ich hier machen Und dann könnte man eine Leiter oder eine Treppe oder sowas nach oben bauen Und dann hat man nochmal so ein So ein Punkt, wo man sich Wo man ganz schnell abhauen kann Ja, geil Ja, lass das machen auf jeden Fall Das musst du unbedingt mal machen Weil dann sind wir nämlich noch sicherer vor den Ganzen bösen Menschen, die hier so rumgeistern Ich bin nicht böse Genau, wenn wir mal wieder überfallen wären Hier von so einer Revi-Bande Ja, genau Weil die auch sehr gefährlich ist im Regelfall Die PvP-Ske dieser Revi-Bande sind berüchtigt Ja, habe ich auch schon von gehört Krass Ja, Felix, komm mal rüber jetzt hier, du Fiki Ja, ich bin gerade fertig geworden mit meiner Kanalisation Jetzt gerade im Moment Das macht mich glücklich Habe ich nämlich sehr lange für gebraucht Und jetzt muss ich nur noch die Kisten da hinten weg tun Aber das tue ich ein anderes Mal Und wir haben noch genau 10 Minuten Deswegen komme ich nochmal rüber Und helfe Wie kann ich dir hier irgendwie helfen beim Sand? Soll ich hier irgendwie was abtragen oder so? Ja, das wäre ganz geil Wenn wir hier alles so auf eine Ebene bekommen Da hinten halt Sand machen Dann kann ich schon mal hier so ein bisschen Okay, also das alles hier komplett weg Genau, also quasi das muss alles Sand sein hier So auf der Ebene Okay, perfekt Ja, da helfe ich Hast du TNT? TNT? Ne, habe ich nicht mehr Habe ich damals für King Yonke Dana verwendet Aber seitdem habe ich gar nichts mehr Ja Er hatte ja das TNT verboten Da dachte ich mir Gommemot Gommemot Trollaladol Trollaladol Ja Felix, komm mal ran jetzt Ja, ich hole gerade Blöcke Hast du rote Wolle, Felix? Ne, aber ich habe... Ich habe dir gerade was hingeworfen Aber auch nur vier Stücke Was willst du mit der roten Wolle genau machen, Rewi? Ich wollte damit eigentlich den Rahmen bauen, ne? Den Rahmen aus roter Wolle Also das... Trollaladol Gommemot Also Wolle ist mega schwer zu kriegen Weil wir haben alle Mobs getötet Deswegen, das kannst du vorher vergessen Könnte man nicht auch irgendwie mal Oh, hat nicht eng eine Stadt vielleicht Ne, ähm Schafsfarm irgendwie Wie, wir haben alle Mobs getötet Wir haben wirklich alle Mobs auf der Welt getötet Ehrlich? Oh, verdammt Wir haben ja alle Mobs getötet Aber viele Und das wird sehr lange dauern, bis du sowas findest Äh, wo, ab wo willst du denn den Rahmen anfangen zu bauen Diesen Kreis? Äh, ja, ich habe da schon die zwei Forsten gemacht Ja, aber wo ist denn die Mitte? Frag ich mich Ja, da zwischen den zwei Forsten einfach Drei... Aber wir sind... Egal Drei, vier, fünf, sechs, sieben Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Hier ist die Mitte Da, wo die Fackel steht Nicht wegschlagen, die Fackel Oh, jo, die Schaufel geht ab hier Ein Sandblock in einer Sekunde Das ist nämlich der Mittelpunkt Dann gehe ich hier zwei nach da Und baue mich dann da erstmal ein bisschen hoch Also da Wir machen nämlich, machen den ja, äh, zweiseitig Revy Revy hat böse Pläne Revy, komm, ab der Höhe Soll was ab der Höhe anfangen so? Moment Ah, nein, komm, ist ja hier Glaubst du, die Höhe ist gut? Wofür denn jetzt? Also da fängt das Rad dann an Ab der Höhe Ja doch, ich denke mal, das reicht Man sollte es auch nicht zu hoch machen Also, doch, das passt Musst du gerade ganz kurz bei denen am Haus was, äh, was schönern Eins, zwei, drei Oder meinst du vielleicht doch noch ein Höher? Oder zwei Höher? Ich weiß es nicht Aber doch, das passt schon, oder? Felix, gib mir mal ein bisschen Marble Moment Komm her Ist der Rahmen zu groß? Nee, das passt schon Hier, nimm Da, ich hab's da hingelegt Ich hab erstmal ein Stack da hingelegt Wuhu Komm noch hoch Boah, Gomm, das wird, Gomm, das wird einfach der Erode Ich mach das mal Warte Hier ist, hier ist der Mittelpunkt Richtig produktiv Ja Eins, zwei, eins, zwei Hier, hier Jetzt hier nochmal eins, zwei Höhe Nee, nee, warte, warte, mach du auf der anderen Seite Mach du den Teil Weil wir machen das ja zweiseitig Da Achso, du meinst so parallel, okay Genau, du machst einfach Oh, Sternschuppe Du machst halt einfach genau dasselbe wie ich Zack, Dankeschön Gomm ist schon wieder irgendwo anders Nee, nee, ich mach natürlich hier weiter Also, ich hab mir nur mal eben ne Ähm Mini-Hause gegönnt Ja, das sagen sie alle Das sagen sie alle Und dann sind sie schwanger Ja, komm, dann schenke ich dir mal meine Beute hier Michi? Von wie bist du schwanger? Von deiner Mama Mutti? Mutter Mutter, Mutter, Gomme sagt Hast du wieder Gomme geschwängert? Ja? Mutter, komm schnell, Gomme sagt Bitte, bitte erzähl es nicht rum Bitte, bitte erzähl es nicht rum Dass du mich gefickt hast Bitte, bitte Das war ein böses Wort, Felix Das war ein böse 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 Böser Felix Mann, bin ich behindert Ich kann einfach nichts mit Scheiß Minecraft Mit Scheiß Minecraft So, bin ich jetzt überhaupt auf einer Ebene Ich hab grad versucht Das ist schon mal gut Ich hab grad einfach versucht Mit meiner Schaufel zu fliegen Läuft bei dir, Felix Traurig, aber wahr Jetzt musst du nicht Eines Tages werde ich ein Superstar Was? Ja Aber Felix, ganz ehrlich Kannste Steiger fragen Okay Ja, da hast du ja Ecofresh getroffen Der dachte, du seist begabt Du kannst Einfach Synchron Dein Unterhalt bezahlen Synchron Oder parallel dazu Parallel dazu Parallel dazu Und raus bist du Wow, ich bin runtergefallen Rivi Ja? Brauchst du zufällig noch Einen Unterschlupf In Stadtrot? Ja Du kannst in meiner Bude pennen Der will nur dein Asshole Komm, hab mich zu mal benachten eingeladen Ich steh mal vor Gammel Ja, ja, natürlich Gammel, hätte ich so zu mir Warte, ich muss kurz sehen Eins, zwei Genau, und dann nochmal Warte, warte, warte Was noch? Sag mal, braucht jemand von euch Sand? Ich hab hier gerade wirklich Mastig Sand rumliegen Äh, wenn, also Der Boden muss halt komplett aus Sand sein Eigentlich, ne? Ja Ich hab hier wirklich Stackweise Sand rumliegen Boah, wir machen einfach Den schönsten Park der Welt Oh ja Ja, guck mal, keiner Keiner scherzt sich den Dreck Nur wir drei Niemand macht das Seid ihr eigentlich schon mal Ähm, mit der Achterbahn gefahren Mit dem ganz neuen Stand Einfach Angst dabei zu sterben Kein Witz Ich hab auch extra so ne Review-Fall eingebaut So ein Comment-Block Der erkennt, wenn du da langfährst Dass dann so Pistons kommen Die, ähm, eins zerquetschen Also dich in dem Fall Das ist so ein richtiger Gommel-Mode-Block Ja, richtig, richtig Da dachte ich mir Gönne ich mir mal Und, ähm, mach mal wieder Trolololololol Trolololololol Trololololololol Gommel-Mode Hä? Versteh ich Hä? Aber der Gommel, der ist heute erkältet Der macht kein Gommel-Mode Warum? Bist du krank? Bin krank, wie immer Ich bin erkältet Warum bist du krank? Captain Obvious strikes back Könnt ihr mir mal helfen Hier mit dem Sand Obwohl ihr seid schwer beschäftigt Wir sind hart am Harzen Äh, arbeiten Ja Das Schöne ist Ich kann bei der Aufgabe hier praktisch Eigentlich gar nichts falsch machen Also Da bin ich ganz glücklich drüber Doch, du könntest Hast du den Villager ausgebuddelt? Gommel, guck hier Gommel, guck, pass auf Nein Darf man den nicht ausbuddeln oder was? Hast du den freigelassen? Ja Nein, das ist Hermann, der Erdmann Nein Zurück in dein Gefängnis Warte, warte, ich hab's an Den können wir einbuddeln Wir müssen den einbuddeln Das ist Hermann Erdmann Okay Den hab ich gefunden Bei archäologischen Arbeiten Mitten im Boden Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, ich hab den einfach ausgebuddelt Keine Ahnung Der war einfach im Boden drin Dann hast du dir gedacht Boah geil Den hab ich gefunden Den muss schnell wieder einbuddeln So, okay Da wohnt er jetzt Boah geil Das ist wieder typisch Du findest irgendwas Das musst direkt wieder einbuddeln Wie so ein Hund Rewi, der Hund Halt, der Hund Wallah Wallah Wallah, hasigde So Ich hab schon fast den Kreis geschlossen Mein Freund Geil Ich bin immer noch woanders Merkst du selber, ne? Guck mal, wie lange ich war Ich bin in einer ganz, ganz großen Sandkiste Rewi, du bist einfach richtig unproduktiv Mein Freund Ja, Entschuldigung Das ist eindeutig mal Sag mal ein bisschen produktiver hier Guck mal, ich bin fertig Ich helf dir mal ein bisschen, ne? Dann mach mal von der anderen Seite Ich mach hier schon mal die ganzen Blöcke weg Die ich hier noch hab Allein schon, wie schnell die das da mal eben hinzaubert Das ist echt krass Ja, das ist halt ein bisschen mit Vorlagen Aber wir kriegen das schon irgendwie gebacken Das ist mit Wallah Der Taste aber nicht gesehen Alter, von außen Das sieht schon mal richtig geil aus Wirklich Das sieht schon mal richtig gut aus, Felix Ich bin auch ein bisschen glücklich Ne, also ich find das sieht richtig kacke aus Ganz ehrlich Ja, jetzt alle 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 zu Gomme disliken, dass er das gesagt hat Das sieht einfach mal richtig kacke aus Wisst ihr das? So richtig kacke Dieser Sandhaufen da hinten Der sieht ja mal richtig kacke aus Das lustige ist, dass der Weg überhaupt nicht in der Mitte ist Felix, guck, der Weg ist hier nicht in der Mitte Das ist ja egal, ne? Dieser Weg Ist nicht in der Mitte Aber das ist egal Weil wir sind krass Oh, guck mal Gomme hat uns ein Kompliment gemacht Der hat ein Herz geschrieben Gomme, nimmst du auf Nein Screenshot Gomme, schnell, bitte Oho Screenshot, ich will einen neuen Desktop-Hintergrund Ich frag mich da wirklich immer, warum sich die Leute sowas machen, ne? Ja, schreib's mal in die Kommentare Ich würd das gerne mal wissen, warum man sowas tut Genau Warum macht ihr Also ich hab das früher auch nie getan Wo ich noch selber so ein kleiner Fanboy von Gomme war Da hab ich auch nie Gomme Hab ich Gomme zwar immer gefragt, aber ich hab's nicht gemacht Und ich hab dir ja auch nie ne Zusage gegeben Ich hab immer gesagt, nee Also das Das immer hat Oh, le, 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 Gomme laut gemacht Ne, ne, ne Das geht nicht Gomme hat auch eben seine Facecam synchronisiert Die hat nur nicht aufgenommen Ja, stimmt schon Leider Gottes Ne, also das Ding mit der Facecam ist ja bei mir so Ich nehme ja alles schon mittlerweile mit Facecam auf Ich werd irgendwann mal nen Kanal aufmachen Wo ich jedes Video nochmal hochlade Mit Facecam halt Und wer halt synchronisiert Wer halt nicht möchte, dass er erfährt, wie Gomme aussieht Der muss halt nicht auf dem Kanal da vorbeischauen So einfach ist das Die heißt einfach Facecam HD Ist das nicht ein Gomme-motastischer Plan? Gibt's wirklich Leute, die dann schreiben, die möchten nicht wissen, wie du aussiehst? Ja, natürlich Oh Ich will auch nicht Die einen sagen, Gomme Facecam Die anderen sagen, ach Gomme, das ist eigentlich genau richtig So wie du es eigentlich auch sagst Also ich will aber auch nicht wissen, wie du aussiehst, Gomme Weil ich hab halt meine sexuellen Fantasien Und wenn ich mir vorstelle Wie du aussiehst Dann ist das bestimmt viel schöner Ich stell mir einfach immer vor Du siehst aus wie dein Minecraft-Skin Und dann stell ich mir immer so in meinen Träumen vor Boah Eines Tages werd ich Gomme küssen Ich stell mir immer vor, dass Gomme schwarz ist Ich weiß nicht warum Jetzt ist er voll traurig, weil er wirklich schwarz ist Hey, das ist doch voll Ich find das voll positiv, Alter Schwarze haben einfach Nö, ich find Schwarze einfach richtig cool Ja Ich mag Schwarze Penisse Okay, unter anderem so ein bisschen Ne, keine Ahnung, ich weiß nicht Irgendwie Keine Ahnung Das ist so mein Gomme Oh, kannst du das Wir gerade übelst überziehen schon? Ne, also 59 sollten wir aufhören Also wir sind gerade leicht am überziehen Deswegen Ich bin nämlich so gut wie mit dem Rad hier fertig Und dann haben wir schon mal einen kleinen Grundbaustein So Und das Rad ist fertig Und lauft bitte noch einmal über den Sand da vorne Weil ich hab da so viel Sand Und oh, ein Vogel Ein Vogel, nein, nicht wegfliegen Vogel Warte, warte Okay, komm, wir stellen uns mal alle nebeneinander Weil das ist voll oldschool, wenn wir das machen Kommt her, komm her Wie ein super Smash Bros Ja, genau Felix Batz Ah, komm, ich töte dich mit meiner Schaufel Ah Komm, komm mal Ah Boah Wow Alter, bin ich weggeflogen Boah, Felix Was soll das denn für'n Schlag? Ja, gleich hab ich Felix Okay, dann sag ich einfach mal Wenn es euch gefallen hat Gibt eine positive Bewertung Und das zählt bestimmt auch bei den anderen Und dann sagen wir einfach mal Wir sehen uns dann morgen Bis zum nächsten Mal Tschüss Haut da rein Tschüss Tschüss Tschüss